Musik 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 In den kommenden fünf Tagen ist Hannover wieder das Zettel. der Informations- und Kommunikationsbranche. 4.000 Unternehmen aus 70 Ländern haben sich für die CeBIT 2013 angekündigt. Die Planung ist ein Megaprojekt. Über 360 Tage, so lange dauert ein Zyklus zwischen einer CeBIT und der nächsten, sind über 200 Menschen in einem großen Projektteam weltweit unterwegs, die richtigen Themen zu setzen, die richtigen Unternehmen zu mobilisieren und das alles vorzubereiten. Gestern Abend war es dann soweit. Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnete gemeinsam mit Donald Tusk dem Ministerpräsidenten des diesjährigen Partnerlandes Polen die CeBIT 2013. Merkel betonte dabei den hohen Stellenwert der Informationstechnologie für Deutschland und die Bedeutung der CeBIT als Impulsgeber für die ITK-Branche weltweit. Diese CeBIT ist eine wichtige Messe, um auch mit darüber zu diskutieren, wo Wachstum, wo Jobs, wo Zukunft in Europa geschaffen werden kann. Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage. In diesem Sinne darf ich die diesjährige CeBIT für eröffnet erklären. Bis zum 9. März können Besucher in Hannover aktuelle Trends und Produktneuheiten der digitalen Welt bestaunen. Das Leitthema der CeBIT 2013 ist Shareconomy. Damit rückt die CeBIT das Teilen und gemeinsame Nutzen von Ressourcen und Erfahrungen als neue Form der Zusammenarbeit in den Fokus.